hallo und herzlich willkommen zur ersten folge bomb's clan wars mit rené wir spielen mit sechs würmern und mal sehen wie lange das geht da sind drei würmer von du bist dran ja diesmal darf ich anfangen also wir haben eben schon mal versucht nicht so pass auf look so pass auf du wolltest doch immer gerne mal schwimmen da bin ich wohl nicht schön gegangen so sehe ich das zumindest aber ich muss mal gerade das ist dein ernst alter ich hoffe das ist nicht schon wieder einer aber ich muss bei den so was macht rené eine gute frage ich fick dich kannst du die zeit einstellen ich bin eigentlich zu blöd für dieses spiel aber der adler eskaliert ja komplett alter ist ein adler ich habe ich gleich mir fällt gerade was auf das ist irgendwie blöd ja was denn so jetzt muss ich erstmal ein torro helfen schmeiß ich denn mal in time geschafft bitte lass den dicken jetzt da vorne dran sein nein nein der unten rechts ist dran links oder unten links könnte sein ja kommt blöd hat dir nichts getan du kannst Not bad, René. Not bad. Der Flachstil hat die Flachstil gedrückt. So, jetzt bist du gefickt hier. Oh, ich muss mir das Umweg nochmal umlegen. Oder am besten jetzt, Alter. Ah ne, steuern kann man währenddessen nicht umsteuern. Okay. Nein, ich komm noch nicht hoch. Lass ruhig jetzt los. Na, können wir es denn? Nein. Oh, schnell neun Sekunden. Das gibt nichts. Er hat hier den klassischen Vorteil. Hat hier den klassischen? Ich bin halt ein Red-Held. Das kann man nix machen. Weiß gar nicht, warum... Bei dem Kleinen, boah, sieht das ja geil aus. Äh... A Tissue! A Tissue! Over. Okay. Das funktioniert schonmal so gut. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ja, dann hörst du... Dann hörst du ja falsch... Dann hörst du das Jetpack aus. Auf. Du Wurensohn. Du stinkst halt wirklich. So ne Scheiße, Alter. Geht's jetzt dran, ne. Jetzt dran, ne. Oh, bliech. Ja, da stehen die Namen leider nicht, warum wir noch. Jetzt ist... Ich weiss das auch nicht. Nice! Ich weiss das da oben oben ist. Obwohl die Figur nicht zur ganzen Tsunami da oben passt. Muss ich zugeben. Ich bin dick. Beschwer dich nicht immer so. Fuck, alter. Fuck, alter. Achoo, over. Oh nein. Red Hat, Martin. Jawohl. Schön, denn das Fass stellen. Verreckt dauernd in dem Wasser. Ha ha ha. Ach komm, lass ihn schon in Ruhe. Wer ist das? Ruffy? Nee. Sanji. Sanji hat dir nichts getan. Ach komm. Oh, du Hurensohn. Jetzt seh ich das erst, aber du bist doof. Ja, ich weiss, der kann da eh nicht rein. This is a horrible price. Ha 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 ha. Noi. Du hast nen Dino rausgeholt. Ne, du hast einen rausgeholt. Echt? Ich hab eigentlich nen Zauberstab rausgeholt. Ne, hast du zugenommen, Alter. Leck mich ja mal an. Ich auch nicht. Der schießt auf den mit dem Fass. Das ist ne gute Idee. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wer ist mit nem Feitscher? Wie wärs mit ner Clustergrenade? Da unten ist auch einer von deinen. Aua. Nein. Wo piept's? Siehste? Der ist nicht totes, ne? Ich glaub, der müsste aber tot sein. Na, nice. Er gewinnt einfach, weil ich nie am Anfang selbst getötet hab. Der war's. Der Kamikaze-Boy. Der Kamikaze. Komm, lass den in Ruhe. Der hat ihm nichts getan. Du bist jetzt ruhig. Du hast es eh am besten. Warum? Nein. Nein. Ich geb mir schon wieder mehr Feits. Das kann doch nicht mal ernst sein, wenn ich gegen Niko verliere, Mann. Haben Worms. Das ist ja... Ah, ohne willst. Die Einstellung. Bombe. Na ja, Taste schießen. Daraus spring ich immer an jedem Spiel. Die Hauli? WTF? Ah, bringt beide oben, oder? Ja. Das soll grad sein. Das würdest du nicht so weit schaffen, wenn du die jetzt da nicht... Ja. Ja. Du Hursor. Und auf die... Zack. Und er ist nicht tot. Aber der stirbt jetzt gleich wegen Gift. Ich hab's zum Schaden. Der Tissue. Du gehst einfach Leertaste. Lol. Häufiger, den Wurmwex raus. Wer ist dran? Der da ist dran. Ah, schade. Ich darf mir das nicht aussuchen. Doch, du darfst das aussuchen. Du musst dann mit Tapp durchgehen. Ah lol. Na egal. Wusste ich jetzt nicht. Der Klassiker. Wusstes nicht. Zorro hält am meisten aus Junge Zorro hält das aus nein bringe ins Wasser rein der Klassiker der da ist tot wir machen das jetzt ganz safe ich will das ja auch gewinnen also machen wir jetzt erstmal jetzt wählen wir den aus ähm dann wählen wir das aus ach scheiß die sterben ja nicht vom Gift aber ich bin da weg ja nee das stinkt ja wenn wir nicht noch du hast noch die Holi und alles lol hat das super du hast das super duper das kann fliegen ne du killst dich selbst oder wenn da genug Wasser reinläuft ne tust du nicht alter es macht 50 damage so Zorro zurzeit sich zu ne gar nicht Arschloch ähm ich muss mal gucken wo drauf ich drücke ich darf ja eigentlich gar nicht oh Leute das sieht bei mir fast so aus als wäre der eigentlich ne Pule alter spring er weiß genau die Zeiten alter komm mal wer ist denn dran der da unten rechts dein freund rache ist blutwurst wenn ich es denn hinkriege ach komm jetzt killst mich nicht ne kill dich auch nicht weil ich es einfach nicht einschätzen kann alter der eine sag ich da oben immer noch weiter ab alter da oben die links die chillen hier Nugget ey also äh der Chris schon wieder High YouTube geschrieben hat wollte ich auch jetzt mal sagen den hier kriegst du von mir ich werde ihn auch zwingen das anzugucken ne helle nehm die Banane alter um sich selbst zu killen oder was oha oh oh das war doof aber der rechts stirbt das war Suicide Squad der eine der noch lebt ist der 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 krank ist und der andere du kannst dich heilen heils Maul ey ich stehe auch unter Wasser Lappe ey das Spiel ist noch nicht vorbei nimm doch die nimm doch die Lenkrakete das ist die unter dem Raketenwerfer ach ja wirklich ja sorry bei oben ist das Fass da weiß ich nicht ob ich da hinkomme aber du musst nur hoch genug schießen boah ne war klar ah das wird eine ziemlich schnelle Runde ne ich habe einem bisschen ein bisschen dagegen wäre gerechnet so du musst mir erst mal auf die Störung kommen lassen ja klar aber 10 Minuten habe ich jetzt schon von deiner Zeit vergeud ne also ich meine die Folge noch ein bisschen länger ich meine die Folge noch ein bisschen länger da oh oh wie geht das und jetzt hat er verkackt und er hat kein Dammit bekommen weil er halt unter Wasser ist Flo ein Lackboy ne nein 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 schade hätte er sein gemacht ich dachte ich bin scheiße scheiße ich muss das mit dem Hangeln das muss ich aber noch lernen Mistake confirmed ach komm René wir hören dich laut und schär mein Freund da jetzt Maul was geht denn jetzt die Vase wird mich beschützen Water Presence confirmed hast du jetzt eine Banane geworfen ich habe mehr von meinen eigenen Würmern getötet oder mir mehr selbst geschadet als ich dir schaden konnte jetzt oh shit fuck fuck ich habe geladen komme ich rum du hast noch die Holy die muss sitzen ne gute Chance habe ich jetzt vielleicht wirklich noch ja das stimmt aber ich habe ein 100er du kannst es nicht so weit weg von dir machen ach ne das ist langweilig das buddelt sich zu mir durch oder was wenn ich jetzt aber nicht so weit lol der war gar nicht mal so schlecht geiße mehr Bums jetzt ist der 80er tragen zeig ich dir einmal was mit der Lenkrakete geht Halt's Maul er nimmt so unoffene ich ziehe gell das ist ja bitte 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 ja ey du Hundesohn dreckiger Sieg einfach dreckig 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 unverdient dreckig so erster Platz ja die Schnauze vielen Dank fürs Zusehen wir sehen uns in der nächsten Folge von WOMS und